Hallo, YouTube. Ist jetzt, in vierter Tage seid ihr alle falle. Und heute an letzten Länder. Seit dem 21. Tü-tchen Nummer... Tü-tchen! In unserem Fall ist es ein Tü-tchen! Tü-tchen! Tüü-tchen. Ja. Ich habe uns mal... den Stepper hier runter geholt. mach doch mal die kamera ein und den rahmen das war der falsche da ist der rahmen so da ist er der jute porsche 108 genau so da ist er das gute stück ja wir sind echt weit und es ist ja auch nicht mehr lange bis wir war bis weihnachten ist und am 24 wird er dann auch fertig sein ich freue mich dann mega drauf wenn er dann fertig ist und dann werde ich euch auch beide beide schlepper die wir dann haben den porsche und den deutsch nebeneinander präsentieren hier und ihr werdet dann auch definitiv den unterschied zu den beiden sehen ich freue mich da mega drauf wird bestimmt sehr spaßig dann und ja sie stehen über meinem kopf auf dem regal da wohl auch dann der farming simulator 22 die collectors edition im karton steht und ja ich bin echt sehr gespannt was ihr dann sagt dazu so aber luca ich würde sagen wir legen los du holst das tütchen nummer 17 genau so sieht es aus dann holt du das mal bitte und dann hauen wir rein und ich packe hier schon mal die anleitung aus so den stellen wir wieder an die seite da ist der karton denn da ist sie ist die anleitung drin und die teile die wir noch eventuell heute brauchen werden ich weiß es noch nicht so super mehr dankeschön mein schatz moment gibt mach bitte langsam du kommst doch hier drauf auf meinen schoß weißt du doch ich fang doch nicht und mach doch nicht ohne dich weiter oder du warst du wieder zu schnell weil du wieder einen halben tag geguckt hast ich habe diesmal paar tag ein bisschen langer kürzer langer länger du warst ja nur einen halben tag in der schule oder so gut legen wir los die nummer 17 bevor der luca wieder auf die idee kommt und sein und mir das tütchen aus der hand reist haben wir hörst du bitte auf luca bitte nein so da steht die 17 da erkennt man kaum aber naja so da da ist die 17 so machen wir das mal aus weil wenn ich mich recht entsinne machen wir das ganze kommt jetzt nämlich die sitzbank die seitensitzbank so die nummer 17 ist da oben da müssen wir hin guck mal das ist wirklich die sitzbank die wir da jetzt hin machen und wir haben wieder zwei varianten die wir machen können naja eigentlich haben wir sogar drei varianten die wir machen können allerdings wird die dritte wahrscheinlich erst so gegen ende geben weil bislang habe ich noch nicht einen einzigen aufkleber gefunden und gesehen so also wir haben jetzt hier eine rückbank ja aber guck mal du musst mich dass wir auch umlettern lassen außerdem war ich jetzt gerade erst mal was am klären mein schatz oder so du hörst jetzt bitte auf so meine lieben wir haben hier einmal ja was ist es einmal so eine runde halterung für die sitzbank und einmal eine eckige hier ist dies da ist dies so jetzt muss man mal gucken was müssen wir denn jetzt hier abmachen alles weil ach da guck mal ich weiß wo ja moment lass uns doch hier erst mal gucken und vergleichen was wir hier abmachen müssen mein schatz also wir müssen hier oben die drei teile weg machen also die beiden und das hier in der mitte siehst du das so und bei dem müssen wir das weg machen und da unten also da und da weg knipsen so das machen aber doch die blaue weil die blaue hat eine kleine bessere zanne so wir müssen uns aber jetzt erstmal überlegen welchen nehmen wir denn also ich muss ja sagen bei dem dolz haben wir schon so was rundes gehabt ich bin ja dafür wir machen das eckige dran das eckige sieht einfach schön aus oder so fangen wir andersrum andersrum genau fangen wir da oben an mit dem super moment ey der papa guckt hin nicht dass du gleich was anderes durch knifft super moment so jetzt machen wir erst da unten der ist nicht durch der ist nicht durch dann musst du der ist dadurch genau jetzt so rum warte 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 nicht so weit rein du musst das langsam machen so aufmachen super das sieht gut aus so und das wird heute wirklich eine kurze folge das nehmen wir nicht ich möchte das eckige daran haben so und das wird heute wieder eine kurze folge weil ich das eckige schöner finde an dem porsche ist so gut wie alles rund nur die sitzbank hier nicht die heiterung dafür so 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 Die besten, die sie lieben. Wo ist das, 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 das? Wer hat das da selbst? Das selbst. Du vielleicht? Nein. Ich auch nicht. Dann muss ich das backen. Einfach Freien auf Schnauze backen. Und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Das stimmt. Gibt es manche Garein. Zwischen Mehl und mich. Und macht es jetzt. Macht ein liebes, du süsses Litterheil. Ehe, du fein, das, 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 das. Also, wie das weitergeht? Ja, weiß ich, aber ich bin jetzt gerade am bauen, mein Hase. Herr Ente, mach mir ein Lieb dann, okay? Ne, das geht ja nicht. Habe ich dir ja gestern erklärt, ne? Sag mal. Das will ich dann. Nicht so schreien. Das will ich dann. Dann kriegen die Leute einen Hörsturz. Sag mal. Das will ich dann. Du, Mann, wir müssen das beide dran machen. Nein, man kann das entweder das eine oder das andere dran machen. Du, Mann, heute muss wir nicht da das holen. Nein, Mann, auch nicht. Aber über Mann, auch nicht. Auch nicht, nein, nein. Doch, da auch. Könntest du mal bitte ruhig sitzen bleiben? Ja, weil wir wieder was bauen. So, jetzt bitte, Luca, einmal bitte. Der Papa kriegt es sonst nicht rein. So, weil ich will es nämlich nicht ankleben. Warum? Weil man das eigentlich nur steckt und nicht klebt. So, und jetzt gucken wir mal. Nein, falsche. Das riecht mich auf. Das wird doch eine Leine für heute. Ja. Aber, er hat... In der Zwischenzeit kann Herr Luca euch mal was sagen. Und zwar genau da. Oben. Da. Da. Abonnieren. Daumen nach oben. Da, da, da. Abonnieren. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Da, da, da. 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 Da, da hast du auch kein Video mehr. Den Namen. Sollst du sagen. Dass die ihr immer noch... So, meine Lieben. Ich hoffe, es ist jetzt dran, so halbwegs. Und damit die Folge nicht noch länger wird, würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch Schluss. Es ist dran. Ich versuche es nochmal, nachher was besser reinzukriegen. Vielleicht kriegt meine Frau es noch was besser rein. Ich habe anscheinend zu große Griffel. Was das angeht. Aber... Wir haben das Teil dran. Und ich freue mich drauf. Ja. Auf die nächste Folge. Wenn es wieder heißt... Allerste Länder 20, 21. Da, darin... Euer... Deuter, Luther und Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.